Ey, pass mal auf, ich hab hier noch drei Videos. Julian Bam hat ja hier diese ganzen Greenstream-Szenen von mir einfach genommen. Quasi hier das hier, ihr seht's ja. Der einzige B**** bist du! Ja, ich muss der Link sein, genau. Der einzige B**** bist du! Ich würde mich jetzt an der Stelle nochmal freuen, tatsächlich, dass ihr da nochmal ganz kurz vielleicht die ganzen Szenen recycelt für eine neue Greenstream-Revys-Revy-Folge, weil es ist jetzt eh schon da. Ein paar Leute haben das schon gemacht. Hier mal wieder der Aufruf an euch. Ja, die müssen doch runterladen oder nicht? Kannst du einfach hier auf YouTube. Achso. Ju hat's ja auch hochgeladen. Bist du! Also ja, das sind dieses peinlichen Szenen hier, Chat. Ihr seht's vielleicht extrem unangenehm. Also wirklich, Digga, Ju hat mich halt anders hops genommen. Aber hier nochmal kurz die Ansage, Julian Bam. Was halten wir von einem Boxkampf? Was sagen wir? Digga, macht einen Boxkampf! Julian Bam gegen mich? Ich trainiere dich nicht, aber mach einen Boxkampf. Digga, ich weiß nicht, Julian Bam ist schon stark, oder? Digga, der ist Asiater. Meinst du wirklich, der würde mich töten? Digga, das ist in seiner Kultur. Mich zu töten? Nein, Kampfkunst. Kampfkunst? Kampfkunst. Ich weiß es nicht, vielleicht. Also ich trainiere dich im Gym. Ja, Digga, ich wollte doch gegen Papa Platte kämpfen, aber ganz ehrlich. Guck mal so, ich trainiere dich im Gym. Ich hab doch schon Trainer. Hör mir zu, Krafttraining mach ich und Boxtraining mach deinen Trainer. Ich überleg mir das mal. Julian Bam, wir können uns ja mal über einen potenziellen Boxkampf gerne unterhalten, Mann. Jedenfalls sind das hier die Szenen. Ja. Ja, der Giga-Cringe halt, du weißt es. Und jetzt haben es schon ein paar Leute Sachen daraus gemacht, die extrem beschissen geworden sind. Zum Beispiel das hier. Da hat der Ultra-Keyframe nicht so gut gepasst. Ja, der Keyframe ist sehr stark. Das Schlimme ist, dass er es halt nicht mal geeditet hat, weißt du, was ich meine? Er hat nicht mal die peinliche Stille und sowas rausgeschnitten. Und jetzt hat er das Julian Bam official Musik-Video gemacht. Er hat dir eigentlich auch so eine Perücke gegeben, ne? Oha. Oha, Bro, was ist das denn? Er hat Mühe gegeben, oder? Liga, oh shit. Und dann wieder anfangen, mit den ersten Sekunden für Watchtime. Ja, 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 ja. Der einzige B**** bist du, bist du, bist du. Oha. Der einzige B**** bist du, bist du, bist du, bist du. Das ist es, Chats. Hey, das geht voll ab. Bist du, bist du, bist du, ich hab auf diesen Tag gewartet. Bist du, bist du, der einzige, bist du, bist du. Der Vokoder, Digga. Der einzige B**** bist du, bist du, ich hab auf diesen Tag gewartet. Bin ich der einzige, der hier normal ist? Also das kommt von deiner Community. Bro, ich weiß nicht, welchen. Das ist von deiner Community, ja oder nein? Steht es von deiner Community? Steh doch zu deiner Community Ich weiß nicht, wer das war, Digga, keine Ahnung Jedenfalls ladet euch die ganze Kacke runter Julien Bam, wenn du Bock hast zu fighten Hit me up, my man Why not, man Lass uns kämpfen Lass uns kämpfen